. 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 Allgemein. . . . . So. Es hat dich hochgekommen, Lüttlisch. Wenn alle Höhlen leer sind, kannst du hochgekommen und wenn nicht, kann ich mal runterkommen und dann schiessest du dich in mich aus. Nein, ich habe noch genügend Platz. Ich glaube, du musst raus. Ja, ich habe noch genügend Platz. Das ist schon die zweite Disc, die wir haben. Disc? Ich will mal ein Plattenspiel machen. Da braucht der Diamante. Nein! Denen nicht. Also, wir gehen mal runter. Und Brennan, ich dachte, wir beginnen endlich mal an, das Haus zu bauen. Ja. Hast du Inzesse gemacht, Fabio? Hä? Hast du Inzesse gemacht? Ah, ja. Ja, ein bisschen. Inzesse, aber das ist doch meine Lieblingsbeschäftigung. Oha. Fabio, du bist meine Lieblingsbeschäftigung. Genau. Fabio? Es musste einfach gemacht werden, aber du hast es nicht gemacht. Ja, das ist ja. Ich brauche noch Leder, weil ich vor ein paar Tagen gesagt habe, dass es meine Aufgabe ist, dass wir besser ein Charming zu sein. Ja. 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 Okay, dann... Dann mach du lieber Leder. Ja, also, ich töte ihn. Oh, geil, Aufstehen! Äh, nein, Kien nicht. Wir haben viel zu wenig Kien. Äh, ich brauche trotzdem Leder. Aber dann machst du es nicht jetzt, sondern... Oh mein Gott. Freiheit! Oh, blauen Himmel. Äh, lol. Ihr entskint bei mir einfach... 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 ...auf die Karte, nicht. Ja, das ist vielleicht egal. Freiheitsschlag. Freiheitsschlag! Ja, ähm, ich brauche trotzdem Leder. Aber du nimmst jetzt kein Leder, wir brauchen jetzt Kien. Leder. Es geht schneller, wenn du sie jetzt runterlässt. Äh, Andi, ich fange an mit dem Hause. Oh, ich habe jetzt ein IQ aus Protest umgebracht. Ja, schau einfach, dass es eine gerade Zahl ist. Oder Kien, voila. Ich weiss nicht. Ja, dann auch nicht. Ja, meinst du? Ich mache mir mal wieder einen Bogen. Sollte ich jetzt alles mal auszuschissen? Ja, sollte ich. Wenn ich ewig wieder wollen, müssen wir da rumrennen. Okay, ja. Machst du lang? Sollte ich Kohl einfach mal alles rein tun? In die Kiste? Jawel. Ich habe in der Automatschuk. Alles? Ja, ich habe es ja nicht verloren. Okay. Das ist es zwar nicht, aber sie sind in der Oberlin. What the hell? Was? Ich hatte doch so eine Lücke unter meinem Haus, oder? Mhm. Und das ist ein Creeper gestanden. Und neben dem Creeper ein Villager. Ein Villager? Ja. Ein Villager. Schau mal, wie Felisen wir schon haben. Jetzt ist der Villager tot. Ja. Schade. Schau mal, wie Felisen wir haben. Er ist doch himmlisch. Ja. Er hat ein Glowstone Dust und zwei Redstone Location. Bist du dumm? Das ist eine Hexe. War das eine Hexe? Ja, ich habe es nicht erkannt beim Tetscher-Trip. Äh, Andi, du bist vergiftet bei mir. Ich weiß. Ich bin auch vergiftet bei mir. Schau mal, schau mal meinen Bogen an. Äh, schau mal meinen Bogen an. Ja, er glänzt. Nein, schau mal an. Andi, schau mal an. Der ist mal ein Bogen. Ich würde sagen. Ja, Power 2. Ja. Dafür hat er nur noch einen 3 Schuss drauf. Nein. Alter, Brandon. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Es reicht, wenn du es hier machst. Es sieht dann besser aus. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Du, hast mir einmal gesagt, eigentlich habe ich es dann dort nicht gecheckt. Du checkst es wenigstens jetzt. Ja, dann machst du einfach... Ich will einfach, ähm, eigentlich, dass man dann... ...eine volle Bogen... Schau, jetzt, du machst es einfach so, wie es jetzt ist. Du machst Buchregale noch zwei oben drauf, ausser beim Fenster. Dann machst du halt keine. Ähm... Kann man dann trotzdem mit 30 Sekunden schauen, oder? Ja. Wenn es nicht reicht, dann können wir immer noch irgendwo dazutun. Wie viel kannst du jetzt? 22. 23. 23. Das reicht, loko. Nein. Jetzt schaust du, dass es doch eins weiter ab ist. Das ist, glaube ich, zu weit weg. Nein, es ist nicht zu weit weg, es reicht. Es geht. Naja... Nein. Ja, der macht es selber. Safety. Es ist irgendwie witziger, euch zuzulassen. Es wird, glaube ich, Nacht, oder... Ja, doch, es wird Nacht. So. Ähm, jetzt weiss ich, dass es funktioniert. Eigentlich, wenn ich eine Sitz hole zum Tiernlitzel... So! Jetzt geht es um 24. Jetzt geht es um 24. Jetzt geht es um 24. Und ich hatte recht. Wieso 24? Ja... Ähm... Ähm... Genau das, wo... Genau... In dem Moment, wo ich das rüber tun kann... Ähm... Er geht es um 24. Leute, gehen wir pennen? Ja. Bäm! Bäm, Antti! Moment... Ich tue noch schnell seine Sitz mitnehmen. Fabio, du hast ganz kurz gelegt. So! Wow! Okay! Okay! Du, schau mal! Ich halte die Tür auf! Merci! Also wenn du jetzt immer wieder irgendwelche Scheisse machst... Hört um dich! Äh... Ich brauche gar nicht! Oh meinst du, das ist einfach riesig! Ja... Bei mir nicht! Schau an der Game! Schau an der Game! Schau an der Game! Schau an der Game! Wir tun noch die Koordinaten vom letzten Mal drin! Ja, bei mir auch! Koordinaten! So! Ähm... Ich sollte mich mal an das mit auszuschissen. Ich spasse mich. Fang ich mal hier an! Mä 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 Komm nicht! Brrrrrrrrr.... Ähm... Mä 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 mäm... So! Ah, du... Ich bin mega langsam im Geh, das ist mega geil. O... Ähm... Dann fange ich auch mal an mir bei mir aus Hause. Okay, ich muss noch mehr Gedanken darüber machen, was ich... Wie ich mich selbst am Beste einrichten möchte. Ja, Einrichtung kannst du im Nachhinein noch machen. Also, ja, bauen halt. Du hättest Zuckerrohr. Ich mach mal Zuckerrohr, vor allem etwas grösser. Ein bisschen wie Zuckerrohr nachbauen. Okay. Ähm, ich mach's schön systematisch. Was ist denn das? Oder nicht der Koatz? Ja. Es sieht mega komisch aus, mit dem Textureprag. Ja, es sind irgendwie so Nuggets, oder? Wie sieht's denn anders aus? Ähm, so geil, einfach wie eine Art Kristall. Also, jetzt sieht's bei mir aus. Wie sieht Quarz in echt aus? Ach, ach so, in echt? Keine Ahnung, gar nicht. Jo, doch, ich glaub auch so eine Art Kristall. Also, es ist aber auch so unförmige Procke, irgendwie. Aber es ist halt so durch. Jo, es kommt einfach, welcher Quarz in. Ich kann noch nie Quarz sehen. Jo, es ist einfach... Ja, Rosenquarz und so halt. Was? Rosenquarz? Noch nie? Kennst du nicht? Nein. Gibt's in den Halbkristallen? Es sind einfach so... Gibt's in was? Rosenrot durchsichtige... Gehört, glaub, so Gruppe der Halbkristalle oder sowas. Gruppe der Halbkristalle. Junge. Richtig. Ja, weisst du ja. Oh, Spinalge habe ich gesagt. Unnützes Wissen. Unnützes Wissen 2.0. Ja, es gibt auch das Büchle, Unnützes Wissen. Ja, toll. Es gibt auch so ein Büchle, alles was du nie brauchen wirst, aber unbedingt wissen solltest. Ich weiss auch nicht, was da steht, aber wir haben es. Im Bike-Lager haben wir das mal gefunden. Und dann steht einfach so drin die E-Mail-Adresse vom Papst. Der hat dir gerne mal eine E-Mail geschrieben. Ja. Der hat schon mal erzählt. Kann schon mal erzählen. Und dann? Ja, irgendwie haben wir einfach so geschrieben. Hallo, Papi, da ist dein Sohn und so. Scheisse. Da kommt einfach so ganz langweilig. Und irgendwie so eine Computer-Message druck. Thank you for your irgendwas. Ganz langweilig, so zwei Seiten Computer-Text. Jetzt zwei Schieberlöcher, Leute. Das haben wir dann den Guides, also den... Ich nehme an, dass du weißt, was das ist, oder Brennan? Ja, der Guides, ja. Einfach ja, ab was man das richtig besuchen würde. Und als wir das gesagt haben, haben sie uns gerade das Büchle weggenommen und uns gesucht. Mhm. Dann hast du einfach... Später, wenn du aufs WC gegangen bist, hast du gesehen, wie sie im Kreis verstanden sind, dass sie ein Teil gesucht haben. Wieso... Wieso ist... Hast du in der Kuhfarme Kakaobohnen? Hat der Molka... Ich habe gerade eine herangeholt. Hat der Molka Kuh gerade Kakaobohnen herangeschissen, oder was? Jupp. Juhu. Hast du ganz korrekt erkannt. Ja. Also, ich glaube, alles ausgerichtet. Fabio, Fabio, schau mal, ich habe eine Geschenke für dich. Das ist scheisse, dass eine Molka Kuh nicht vererblich ist, sonst würde man die Art ausrotten. Und ich habe die Textur nicht gefunden, sonst hätte ich sie gelöscht. Also... Ähm... Ich anfangen wir jetzt an mit der neuen... Ähm, mit der Folge, oder? Mit... Scheisse! Nein... Ich habe gerade teustet. Hast du die Luft genommen? Ähm... Nein, mit dem... Mit dem Busbau. Ja. Bin ich schon lange dran. Äh... Ich weiss es noch nicht ganz genau. Ich weiss es auch nicht. Ich werde mal die Insel ausbauen, damit es draufpasst. Ich weiss es nicht mehr ganz... 100%ig... Wo ich es überhaupt... Wo ich es überhaupt... Wo es überhaupt... Es hat A nicht... Mit dem Bus. Du hast doch die... Fläche... Abgehoben. Ja, aber ich... Ich weiss nicht, ob das... Aber ich weiss nicht, ob das das Richtige ist. Wieso nicht? Jo... Wo sonst? Genau im zentralen Platz. Nein, abgehoben! Das ist ja wild gewesen, beruhiget euch! Gut! Dann gehe ich wieder an die Ecke. Idiot. Lieg mir hier halt! Ich baue es hinter der Farm. Okay. Ich mache ein wenig Papier. So, bei der Kakaofarm oder so. Ich mache ein wenig Papier... ähm... Papieros. Ich brauche immer noch Läden. Hier habe ich ein Läden für das Versteil. Äh... Ähm... Ich nehme an... Ähm... Ähm... Wir können... Ähm... 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 Ja? Weisst du, was ich wollte? Ich wollte einen Snowbrick. Und den Hoh. Ähm... Andi... Und was machen wir mit dem Ding? Mit ähm... Ähm... Mit unserem Bauernhof? Ja, der kann... Wenn wir unsere Häuser gebaut haben, würde ich sagen wir mal einen Bauernhof. Okay. Und sonst... ähm... 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 Hast... Hast du dort Platz? Wo? Ich tue wahrscheinlich nicht die Kakaobohnen-Farm abrisse. Die brauchen wir eh nicht. Ja doch. Für Cookies. Ohhhh... Brauchen wir nicht. Wir haben so viele Kakaobohnen. Ah, okay. Wir haben fast drei Stacks und wenn die... Ganz ehrlich. Cookies sind nur lustig für Cookietime. Ja, eben deswegen. Ähm... Ihr Cookietime ist ganz wichtig. Andi! Timer! Andi, hast du zufälligerweise einen Hoh dabei? Nein, aber ich bin gerade einen am Hohen. Okay. Also, dann würde ich auch sagen, während der Andi dort Hoh für mich holt. Das ist in der nächsten Folge, die ich aufnehme. Ja. Ähm... Ich würde auch sagen, das war's für heute. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt es auch immer euren Freunden weiter. Dass wir dann noch... ähm... Eine noch grössere Schweizer Community haben. Und dann würde ich auch sagen... Ähm... Wenn wir die deutsche... Die... 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 Ähm... Wie heisst das? Das deutsche Let's Play Monopol-Stritig machen. Stritig. Also, äh... Vergessen nicht zu bewerten. Und dann würde ich euch sagen, ja... Ciao. Bis morgen. Ciao. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.